so leute herzlich willkommen zum neuen video und heute ist was ganz besonderes dran versucht der da die lachte schon wieder kaputt wir sind das downfahren beizubringen und das hat das letzte mal schon gut geklappt waren auch schon zusammen in schöneck das hat auch geklappt und mal gucken wie sie sich heute macht heute habe ich mal die kamera dabei das letzte mal zwar hier waren bald nicht mit und der ja wir fangen jetzt mal an sonst fressen uns nämlich immer mehr die mücken hier auf die ja immer mehr kommt deswegen wird sagen legen wir mal los ne wir gehen wir auf die erste abfahrt des tages sehr motiviert sieht es aus ich würde sagen legen wir mal los was geht's ja immer hier diese stelle erst mal in zwung kommen so die legt ja gleich vor ja das anleger fahrt das war bei denen bringt gut auf jeden fall das sah nach einer guten ersten abfahrt aus würde ich mal so sagen das war eine gute erste abfahrt anleger fahrt irgendwo noch ein bisschen und dann kommt noch ein paar fahrt mit von außen viel spaß noch roh ja 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 das ist ja So, kleines Fazit von dem Ganzen. Die ist zufrieden. Also, ich finde, man hat sich gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt am Ende hat man gesehen, die Anleger vorne und sowas, das ging langsam und das Springen. Das ist so cool wie ein Schöneck. Es ist halt nicht schöner hier, aber Springen kriegt es langsam hin und es wird es. Es wird. Das sieht schon richtig gut aus. Ja, okay. Ja, so würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Gib einen Daumen hoch. Nochmal. Genau, lass ein Like da und lass ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Haut rein. Da sieht man einen Lorenz, der voll schönig in den Berg hoch fährt und seine Freundin dachte Sarah Jim.